Vertrauensbasis ist sehr wichtig, weil man muss sich halt direkt auf die Leute einlassen und Grundvertrauen schaffen, weil man sonst einfach nicht kreativ arbeiten kann. Ich hatte mit Musa, mit der Regisseurin vorher noch nicht zusammengearbeitet. Ich hatte auch vorher nichts von ihr gesehen. Also ich wusste auch gar nicht, wie ihr Stil ist, was für eine Ästhetik sie mag, wie sie arbeitet und deswegen habe ich auch mit ihr erst mal gesprochen. Wie willst du eigentlich arbeiten? Wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Auch mit dem Autoren dann. Vertrauen ist glaube ich, also gerade zwischen Regie und Text immer sehr sehr wichtig. Das würden wahrscheinlich auch alle so sehen, sonst kann ich wieder nur so für mich sprechen. Ich brauche vor allem das Gefühl, dass man inhaltlich irgendwie weiß, worüber man spricht. Also ich habe immer so ein bisschen den Anspruch, dass meine Texte auch was Konkretes wollen und sich eine konkrete Frage stellen und die auch versuchen zu beantworten und nicht nur so zu wabern lassen. Und darum war jetzt auch mein Erstgespräch mit Simon, als wir uns kennenlernen sollten sozusagen. Hey, Simon macht wahrscheinlich deinen Text. Zoomt mal zusammen. War das Gespräch auch sehr inhaltsbetont. Also wir haben sehr viel gesprochen über die Konzepte, die für mich dahinter stehen, wofür für mich die Charaktere stehen. Und wir haben aber auch ein bisschen gesprochen durchaus über so biografische Details, die ich auch so eingebaut habe. Das spielt auch in der Vorstadt, wo ich aufgewachsen bin. Und sich da zu merken, es gibt eine Einigkeit, es gibt ein Verständnis dafür und es gibt aber auch ein Klicken in Bezug auf die Zielsetzung. Also zu sagen, was will man damit und wo steht man, wie positioniert man sich vielleicht auch, sowohl im politischen als auch im Theaterdiskurs. Und wenn ich das Gefühl habe, da kommt man zusammen, dann ist da ein Vertrauen da. Bei anderen ist es vielleicht wirklich was Persönlicheres nochmal oder ein ästhetischerer Zugang. Der ist bei mir auch da, aber ich glaube, wesentlicher ist so eine Inhaltseinigkeit. Also generell finde ich es schön, wenn man schon weiß, wie die Personen arbeiten und woran sie gerne arbeiten. Also ich denke, dass schon auch wichtig ist, was es für Themen gibt und was es auch so viele Werte gibt, wie man mit Sachen umgeht. Ich habe, glaube ich, gemerkt, dass aber eigentlich, natürlich ist es schön, wenn man eine ähnliche Ästhetik mag, wenn man ähnliche Umsetzung irgendwie mag, künstlerisch, aber das schon noch wichtiger ist, wie man eigentlich zusammenarbeiten möchte. Also ich gucke mir vorher nicht unbedingt, also ich recherchiere die vorher nicht, würde ich sagen. Das mache ich oft danach. Also wenn wir uns schon kennengelernt haben und ich merke, okay, es funktioniert so für mich, dann schaue ich es mir oft an, falls man auch, man hat ja viele Gespräche, so sagen, ey, ich habe das geguckt, du hast damals ja auch so und so gearbeitet und das fand ich eigentlich da interessant, könnte ich mir vorstellen. Ist mir aber erst mal, glaube ich, nicht so wahnsinnig wichtig tatsächlich. Also ich glaube, in ein paar Punkten ist es wichtig, das künstlerische Schaffen von Leuten schon so zu kennen. Also natürlich ist es toll, wenn man weiß, wie die Spielenden spielen, aber das finde ich jetzt auch teilweise gar nicht so wichtig. Also wir haben jetzt bei unseren Schauspielenden, ich wusste genau nur, wie Aaron spielt, die anderen beiden habe ich nie spielen gesehen, aber es hat zwischenmenschlich mega gut funktioniert. Und das ist halt wichtig. Ich glaube zum Beispiel bei der Musik ist es sehr wichtig, weil ich wusste halt, als ich Alex angefragt habe, dass wir gemeinsam arbeiten können, dass wir eine ähnliche Sprache sprechen und er weiß, was ich brauche und ich weiß, was er alles fähig ist. Genau. Und ich glaube, bei den anderen Gewerken ist mir fast die Zwischenmenschlichkeit wichtiger, als genau zu wissen, okay, die haben das und das und das und so und so schon gemacht.